DELTA RADIO klingt anders. Hallihallo, da seid ihr wieder bei der Entstehung des Skyagramms. Heute wegen des bezaubernden Wetters natürlich wieder draußen. Das trifft auch das aktuelle Thema. Kathrin hat nämlich geschrieben unter DELTA RADIO.DE, die hat Bezug genommen auf eine aktuelle Zeitungsmeldung, die da lautete, dass es ja gar nicht geht, wenn Männer, wie war das noch, Stringtangas am Strand tragen, Bermuda-Shorts und irgendwie unrasiert sind, zumindest wenn hier die Achselbehaarung da irgendwie rausguckt. Findet sie übrigens auch, also dass das gar nicht geht und darüber handelt eben das aktuelle Kaya Gramm. Zu Umbrella übrigens von Rihanna oder wir sagen mal Vanilla Sky. Du machst mich nicht an, wenn ich alles sehen kann, Könnt's dich doch mal rasieren, dein Schweiß riecht schon bis hier. Will nicht den Schlüpfer sehen, wenn wir dann baden gehen und nicht den Stringtangar. Ich hoffe, dir ist jetzt klar. Ich will, wenn die Sonne scheint, ne lecker. Bademeister bei dem Wetter, der Bierbauch, der wird immer fetter, so gehe ich nicht mit dir an den Strand. Bermuda-Shorts sind aus der Mode, die Brustbehaarung quält zu Tode, das ist wirklich nicht mehr lecker, schon gar nicht bei dem geilen Wetter. Wetter, Wetter, eh, 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 schon gar nicht bei dem Wetter. Eh, 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 schon gar nicht bei dem Wetter. Ja, nun ist gut. So, das sollt euch eine leere sein. Ihr wisst jetzt, was gar nicht geht am Strand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.